Hallo meine Lieben, ja schön, dass ihr hierher gefunden habt. Wir werden heute gemeinsam einen Wochenorakel machen für die kommende Woche. Dieses Orakel ist auch zeitlos, das heißt, wann immer du es findest und du gehst damit in Resonanz, hat das auch Bedeutung für dich. So, wir nehmen zuallererst ein Weisheitsorakel und machen dann mit dem Tarot weiter für die kommende Woche. Eine Botschaft, die Heilung. So, ich lese diese Karte auch gerne nochmal vor, von dem Buch, die Nummer 38. Also, dies ist die Zeit für die Heilung des Herzens, für eine tiefe Besänftigung von Leib, Seele und Geist. Heilung wird nun zu einem beherrschenden Thema deines Lebens. Wenn du dich berufen fühlst, die Heilkünste zu studieren, so wirst du eine natürliche Fähigkeit darin entwickeln, anderen ihr Wohlbefinden zurückzugeben. Die Botschaft an dich kann aber auch lauten, dass du aufgerufen bist, dein Verhalten zu ändern, damit die Erde heilen kann. Vielleicht wechselst du zu einer fleischlosen Ernährung, um das Leiden der Tiere zu verringern oder achtest mehr darauf, wie viel Wasser und Energie du verbrauchst. Du bist aufgefordert, dir deine Handlungen und ihre Auswirkungen auf die heilige Erde und allen Lebens bewusst zu werden. Wähle den Weg der Heilung. Diese Karte kann auch ein Hinweis darauf sein, dass alte Wunden und getrennte Verbindungen jetzt heilen können. Aussöhnung ist nun möglich. Lass das Vergangene ruhen. Vergebung ist die große Seelenheilerin. Ja, hier geht es in der kommenden Woche um das Thema große Heilung. Ja, je nachdem, mit was du jetzt in Resonanz gehst. Aber oft ist es wirklich so, wenn wir mal wirklich tief verletzt worden sind, ist das Thema Vergebung natürlich das, was uns auch schlussendlich befreit und wir dann auch uns selber frei machen für die Zukunft. Und genau, da musst du einfach jetzt schauen, wo darfst du noch heilen, welche Verhaltensweise kannst du unter Umständen auch an dir verändern, was mochtest du bis hierhin auch nicht für Verhaltensweisen, sodass du nochmal wirklich in dich hineingehst und das reflektierst. So, wir schauen mal mit dem Tarot für die kommende Woche. Wir haben hier die Zehn der Kelche. Ich nehme jetzt sechs Karten und die Unterseite und kläre diese dann auch nochmal ab. Die Neun der Kelche. Also es geht sehr viel um die Emotionen in der kommenden Woche. Ja, lass uns nochmal weiterschauen. Also wir haben die Zehn der Kelche, die Neun der Kelche, der König der Münzen, die Königin der Kelche, die Acht der Stäbe, da haben wir schon zwei andere Karten. Der Ritter der Schwerter, der König der Schwerter und an der Unterseite haben wir die Sechs der Kelche, die ja auch hier nochmal für die Vergangenheit steht. Genau, also wirklich hier nochmal, die Vergangenheit ist hier angezeigt. Vielleicht geht es da wirklich auch nochmal darum, die Vergangenheit jetzt in die Heilung zu bringen. Es muss jetzt auch gar nicht eine kürzliche Verletzung sein. Es können auch Kindheitsthemen sein, die hier geheilt werden dürfen, um sich einfach frei zu machen für die Zukunft. Um vielleicht gewisse Kreisläufe zu durchbrechen. Mutterthema, Vaterthema. So, lass uns aber mal schauen für die kommende Woche auf die Zehn der Kelche. Da haben wir die Sieben der Schwerter, genau. Ich mache jetzt die erste Reihe zuallererst. Auf die Neun der Kelche haben wir die Vier der Stäbe. Und auf den König der Münzen, da haben wir die Zwei der Kelche. Ja, also hier geht es tatsächlich darum, hier ist schon ein anderer Mensch in deinem Energiefeld, der König der Münzen, ja. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Mensch vielleicht noch gar nicht für dich sichtbar ist. Vielleicht kennst du diesen Menschen schon. Vielleicht kennst du ihn aber auch noch nicht, ja. Aber egal wie, hier ist eine Verbindung angezeigt, die aber noch nicht in dein Leben eintreten kann oder die noch nicht gelebt werden kann, weil du, ich das Gefühl habe, dass du das noch gar nicht erkennen kannst, weil noch etwas geheilt werden darf in dir, weil vielleicht noch etwas Verletzliches in dir ist, was das Bedingungslose noch nicht im Außen erkennen kann, ja. Und hier geht es wirklich auch noch mal darum, sich noch mal seiner eigenen Schattenthemen zu stellen, nicht mehr davor wegzulaufen, sich wirklich bewusst zu machen, was oder warum ist etwas im Außen in der Vergangenheit passiert, habe ich das irgendwie schon prophezeit, weil ich das irgendwie in einer gewissen Art und Weise schon mal erfahren habe, vielleicht sogar in der Kindheit, durch mein Elternhaus beispielsweise, durch Bezugspersonen. Und wenn du dir darüber bewusst bist, dann hast du schon mal mega viel getan, weil durch die Bewusstheit können wir natürlich das auch transformieren und ins Gute umwandeln. Dann können wir uns Affirmationen aufschreiben, die quasi dann, an denen wir arbeiten können, die wir regelmäßig zu uns sprechen können. Natürlich ist das Gefühl dann auch das Entscheidende, nur das Aufsagen der Affirmation wird gar nichts bringen, wenn du diese Affirmation nicht auch fühlst, weil dann kannst du wirklich auch neue Glaubenssätze in dir pflanzen und sogar deine DNA kann dadurch umgeschrieben werden. Das kann man wie ein Muskel trainieren. Und ich habe das Gefühl, das heißt, wenn du dich diesen Schattenthemen stellst, wirklich auch jetzt dein Herz heilst, ja, was dich irgendwie blockiert, was noch tief in dir sitzt, vielleicht hast du auch Ängste, jemanden ganz nah an dich ranzulassen, weil du Angst hast, verletzt zu werden oder du hast das Gefühl, für Liebe etwas tun zu müssen, ja, weil du es vielleicht auch so erzogen worden bist, dann, dass du diese Dinge ausfindig machst in dir. Denn ich sage mal, die Liebe, dafür müssen wir nichts leisten. Ja, du bist gut, so wie du bist. Du bist einzigartig. Und sobald du das an dir selber erkennst, werden das auch die anderen Menschen bei dir erkennen. Und vor allem wirst du auch einen Filter bekommen, einen anderen Filter, sodass du eben hier auch so etwas im Außen erkennen würdest. Ja, das heißt beispielsweise, wenn du jetzt noch dich so zu dich davor wegschleichst, dann könnte dieser Mensch in dein Leben kommen und du würdest ihn gar nicht erkennen, weil das Unterbewusstsein, deine Glaubenssätze, das noch gar nicht händeln könnten. Ja, und wie gesagt, dieser Mensch ist schon in deinem Energiefeld und du darfst dich hier nur halt eben noch öffnen dafür, ja, noch so einen anderen Blickwinkel bekommen, damit die ganze Fülle, die ganzen Emotionen, die Liebe, das Glück wirklich auch in dein Leben kommen können und hier einfach auch so ein stabiler Mensch in dein Leben treten kann, wo ihr euch beide erkennen werdet auf Augenhöhe und dann einfach auch eine wunderschöne Verbindung leben könnt, ja. Das ist sehr wahrscheinlich hier die Liebe, aber es können auch einfach tiefe Freundschaften sein, ne. Einfach auch, dass endlich dein Seelenpartner in dein Leben kommen kann und, ja, dass ihr einfach das auf Augenhöhe auch wirklich verbindlich leben könnt. Und dazu, um das leben zu können, genau, muss man sich erstmal über sich selber bewusst sein. Das heißt ja nicht, dass man fertig an sich gearbeitet haben muss. Man kann ja auch gemeinsam weiter wachsen. Wichtig ist einfach, dass man sich darüber bewusst wird, weil dann weiß man das auch zu handeln oder erkennt dann auch eigene Muster viel leichter, genau. Ja, dann haben wir hier die Königin der Kelche und der König der Kelche. Das ist hier so ein Power Couple, ne. Richtig cool. Ja, und hier haben wir einfach auch nochmal, ja, die Königin der Kelche und den König der Kelche. Da kommen dann einfach auch zwei emotional reife Menschen aufeinander zu. Ja, die haben ihre Selbstliebe, ihren eigenen Kelch gefüllt. Weil ich sag mal so, ja, wenn du dir ein Wasserglas vorstellst und das ist jetzt nur halb voll, dann, aber das Glas will immer ganz voll sein, dann bist du so abhängig vom Außen, von wie die Leute reagieren auf dich, ne. Dann fühlst du dich leichter getriggert. Tust du aber deine Selbstliebe wirklich bis nach oben hin füllen, dann ist dir mehr oder weniger ganz egal, was im Außen passiert, weil du alles gar nicht mehr persönlich nimmst, weil du selber dich so sehr mit Liebe näherst. Und genau das ist eben das, wo du auch emotional reife Menschen, die auch so in der Selbstliebe angekommen sind, die du dann auch triffst, mit denen du dann einfach auch diese emotional reife Verbindung führen kannst. Und das sind dann auch sehr oft diese stabilen Verbindungen auch, ja. Bedingungslosen Verbindungen auch, genau. Und das möchte hier einfach auch in dein Leben kommen. Das ist hier schon in deinem Energiefeld angezeigt, ja. Genau, du darfst das hier, wie gesagt, nur noch mal ganz genau anschauen. Der letzte Knackpunkt bei dir ist tatsächlich noch mal in die Heilung zu gehen und vor allem auch alles, was dich verletzt hat in der Vergangenheit, diesen Menschen oder Situation auch in die Vergebung zu gehen. Wirklich vergeben, diese Dinge oder Personen auch mit Liebe zu betrachten. Und egal, was sie dir angetan haben, vielleicht sogar auch Mitleid und Mitgefühl mit diesen Menschen haben, weil sie es vielleicht zu dem derzeitigen Zeitpunkt auch nicht besser machen konnten, weil sie einfach auch verletzte Kinder waren, ja. Dann fällt es einem oft leichter zu vergeben. Dann auf die Acht der Stäbe. Da haben wir die Acht der Münzen. Ja, und natürlich bedeutet das auch Arbeit, Arbeit an sich selbst. Vielleicht auch bei dem einen oder anderen von euch, wirklich auch noch mal andere Lebensbereiche in die Stabilität zu bringen. Hier geht es einfach auch noch mal in die Vorwärtsbewegung. Vielleicht bekommst du auch neue Dinge eröffnet jetzt in der kommenden Woche, die dir vielleicht ein neues Projekt geben, ja, oder eine neue Arbeitsstelle. Aber hier geht es einfach auch noch mal darum. Aber das ist wirklich so. Sobald du in deine Selbstliebe kommst, werden auch alle anderen Lebensbereiche automatisch runderlaufen. Dann wird sich auf einmal dein Bankkonto füllen, ja. Dann bist du einfach ein Magnet für diese Fülle und für das Glück. Im Endeffekt, Geld ist ja auch nur Energie, wie du auch, wie wir auch. Das ist eine Materie. Und Materien bestehen zu 99,9 Prozent aus purer Schwingung. Genau. Aber hier geht es auch noch mal darum, zu schauen, was kannst du auch stabilisieren. Eben im finanziellen Bereich kannst du eigene Projekte jetzt aufgreifen. Alles, was dich wachsen lässt, ja, wirklich dein eigenes Potenzial entdecken. Zu der Liebe, zu dir selbst jetzt nach vorne zu gehen, dich nicht mehr von der Vergangenheit aufhalten zu lassen, von altem Schmerz, ja. Mach dich frei, dein Gewand ablegen und geh für dich nach vorne in den Wachstum. Genau. Dann haben wir hier den Ritter der Schwerter. Wir haben hier den König der Stäbe. Sehr interessant. Und ich möchte noch mal gern auf den König der Schwerter eine Klärungskarte haben. Ups, super interessant. Okay, die Gerechtigkeit. Also, hier habe ich auch noch mal das Gefühl, dass du hier, hier ist nämlich der Ritter der Schwerter mit dem König der Stäbe. Und das ist hier so eine Energie, die ich hier auch wahrnehme, die dich vielleicht auch noch mal testen wird. Entweder wird oder hast du noch Kontakt mit einem gewissen Menschen, wo noch Verletzungen waren in der Vergangenheit, der sehr forsch ist, der sehr egoistisch ist, der mit Ach und Krach seine Ziele durchboxen möchte, der dich vielleicht auch an der Leine halten möchte, ja, dich nicht gehen lassen möchte, dich vielleicht auch teilweise manipuliert, der vielleicht auch sehr viel Macht zurzeit noch über dich hat. Und hier geht es schlussendlich darum, jetzt für dich auch wirklich in gewisser Art und Weise einen klaren Cut zu machen für dich, für deine Heilung. Gewisse Dinge Menschen vielleicht auch loszulassen, aber in der Vergebung, ja, und für dich einfach auch diese Gerechtigkeit, eine klare Entscheidung jetzt zutreffen für dich, woran möchtest du noch festhalten oder wo kannst du loslassen, damit einfach jetzt hier auch das volle Glück in dein Leben kommen kann, ja, gesunde Verbindungen. Weil ich habe das Gefühl, hier ist doch noch auch ein Mensch, der dich irgendwie noch energetisch auch zurückhält. Ja, und das kannst eben auch nur du entscheiden, dass du da wirklich noch mal tief in dich reingehst. Oft ist es auch so, dass man alte Dinge oder Menschen auch irgendwie noch daran festhalten möchte, weil man sich daran gewöhnt hat. Es ist ja manchmal wie so eine Drogensucht, ob es einem gut tut oder nicht. Aber dass du da wirklich noch mal dich dieser Situation stellst und wirklich jetzt schaust, wohin möchtest du denn? Ja, und hier habe ich das Gefühl, dass irgendetwas ist. Es kann auch ein Beruf sein, der hier noch störend für dich ist, der dich vielleicht auch energetisch sehr runterzieht oder noch ein anderer Partner oder Freund oder wie irgendjemand, ja, dass du da für dich jetzt hier wirklich eine klare Entscheidung machst, dir wirklich über etwas klar wirst und dahingegen auch in gewisser Art und Weise ins Handeln kommst durch die männliche Energie, die hier angezeigt ist, ja, sodass du für dich eine Entscheidung triffst, die dich einfach ins Wachstum bringt und nach vorne bringt. Und das hat hier irgendetwas mit der Vergangenheit zu tun. Es kann auch rein theoretisch ein Vater sein, ja, Vaterthema. Aber es hat hier irgendwas mit der Vergangenheit zu tun, was dich hier in einer gewissen Art und Weise noch zurückhält, diese bedingungslose Verbindung, diese Seelenverbindung auf Augenhöhe, wirklich auch, sag ich mal, leben zu können, ja. Genau, und hier wie gesagt, versuche wirklich an deiner Selbstliebe zu arbeiten. Wenn du jetzt eine Frau bist und mir zuschaust, ich habe auch eine Meditation, aktiviere die Göttin in dir auf meinem anderen YouTube-Kanal. Ich blende das gleich hier ein und habe den Link auch unter diesem Video. Und diese Meditation hilft auch bei regelmäßiger Anwendung in die Selbstliebe zu kommen, in die weibliche Energie zu kommen und aus der inneren Stärke heraus wirklich auch in die Empfangsenergie zu kommen, ja. Und dadurch kann man auch leichter die Dinge heilen aus der Vergangenheit. Das hilft einem dann auch da unheimlich weiter. Ja, meine Lieben, dann schaut bitte, ob ihr in Resonanz da mitgegangen seid. Und wenn euch die Legung gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like, Kommentar oder auch Abo. Dann macht's gut. Tschüss! Und dann pirates-Gall-Gall undپress. Bis zum nächsten Mal.